Ich bin mal wieder in Essen und da habe ich einen der geilsten Fahrtwege der letzten Zeit gefunden. Hier von der Hauptstraße, in diesem Abbiegen, sieht das Symbol, sieht das Schild, kommt ungebremst um die Ecke und sieht das. In meinem Fall war sogar noch Gegenfrage her, das war richtig gefährlich. Hey Leute, was habt ihr euch denn dabei gedacht, jetzt mal ehrlich?